Herzlich willkommen beim Wetter. Heute gab es jede Menge Wolken, in Mitteldeutschland immer wieder Regen, aber zum Teil auch Sonnenschein. Im Laufe des Vormittags kamen sie vielerorts heraus, zum Teil schien sie 5 Stunden. Es war zwar spürbar kälter, aber doch nicht durchweg schlecht. Allerdings der Regen, der kam dann auch am Anfang und dann auch im Tagesverlauf, vor allem jetzt im Südwesten, im Südosten Sachsens. Regnet es immer wieder, jetzt passiert nicht mehr allzu viel, aber aus den dichten Wolken fällt immer mal wieder ein bisschen Nieselregen. Und das wird auch der Trend für morgen sein. Wir liegen zwar schon unter Hochdruckeinfluss, aber die Luft ist ziemlich feucht, somit wird es eher bewölkt sein und ab und zu kann es Sprühregen oder Nieselregen geben. So auch heute Nacht. Es wird kaum die Sterne zu sehen geben und vor allem oberhalb von etwa 800 Metern fällt auch ein bisschen Schnee hier vor sich. Glättgefahr, ansonsten ist es relativ mild bei Tiestemperaturen von 4 bis minus 1 Grad. Morgen Vormittag ist es grau am Himmel und wie gesagt, ab und zu kann es ein bisschen Nieseln oder Regnen in den Bergen schneien. Am Nachmittag zieht sich das Ganze mehr und mehr Richtung Südsachsen zurück und vereinzelt kann es ein paar Aufhellungen geben. Bei den meisten wird es aber bis zum Abend grau bleiben und noch ein bisschen kühler sein als heute. Höchsttemperaturen gerade mal 1 bis 6 Grad. Der Sonntagvormittag, der wird dann erst einmal recht freundlich. Später kommen aus Nordwesten Wolken, bringen erste Schauer und die nächste Woche, die sieht ziemlich durchwachsen in Mitteldeutschland aus. Die Temperaturen steigen zwar allmählich wieder an, auch in den Nächten ist Frost kein Thema mehr. Aber es wird immer wieder regnen, viele Wolken geben und auch ziemlich windig in den Bergen sogar zum Teil stürmisch werden. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.